Heyo Leute, ich habe gerade herausgefunden, in einem Kommentar hat jemand geschrieben, er wird mir ein Intro erstellen, das ist ja in Toxics, ich glaube ich habe es richtig ausgesprochen, nicht tut es mir leid, aber vielen Dank, wie können wir uns in Kontakt setzen, ich werde jetzt Videos über ihn hochbringen, mit denen kombinieren irgendwie, schreib mir in die Kommentare, wie du heißt, irgendwie, ich weiß nicht, wie das funktioniert, erklär mir das. Schick mir das irgendwie oder mach dir einen Kanal und probier oder schreib es in die Kommentare oder mach mir einen Link in deinen Kommentaren und da werde ich den sicherlich anklicken und den angucken und das Intro werde ich finden, frag mir, wie ich das reinschneide, ich nehme mir alles auf dem Tablet auf und muss das alles auf dem Tablet schneiden, weil ich das nicht auf den Computer, auftragen kann, weil ich dazu einen Chip brauche, den ich hier nicht einstecken kann. Hier fehlt aber folgende Maßnahme, ich habe keine große Kamera, die ich mir besorgen muss, ich habe keine Softbox auf das Spiel, ich mache das Spiel ein bisschen unangenehm, es sollte ein bisschen versponnen sein, Softboxen werden aber irgendwann kommen, es wird eine große Community werden, und ich sehe das auf euch. Ich sehe das auf euch. Ja. weil ich da auch garotig eightyab slow habe, Ich sehe das auf euch. Vielen Dank.